hey und herzlich willkommen zurück zu part 2 von layers of 4 wir haben uns in die küche fiert wo alles sehr frisch und munter ist und ja mal gucken was wir so alles finden werden in zettel der interessiert uns aber nicht wirklich weil das sehr komische geräusche die waage kennen wir noch man es nicht drauf stellen wir konnten wir da was mussten was draufstellen ich glaube die schachfigur war drauf wir sammeln die ganzen schachfiguren dass wir jetzt nichts draufstellen können ok da kommen wir schon mal nicht durch wundert mich aber insgesamt aber gut hier das bild es hört auf viel geräusche zu machen wenn ich irgendwas aktiviert habe war hier unser hund immer eingesperrt oder waren wir darin eingesperrt rausgeguckt wir haben ein bild wir haben geweint und er unseren hund brennen wollen oder das ist auf jeden fall die waage alles gäbe zu viel was hatten wir für einen kranken vater ich meine das wussten wir ja schon vorher dass der bisschen komisch drauf war aber das ist doch jetzt hier gerade echt übertrieben ja sie sehen voll lebendig aus meine fräse ja so ist besser nicht mehr fließendes wasser definitiv nicht okay und hier drin wow also wir durften einfach nichts als kind tun okay alter hab ich mich aber erschreckt durch diesen ist ja nichts spezielles gewesen aber was dem jetzt gehen wir erstmal hoch zu Mr. Piano falls Mr. Piano noch da ist kann das doch da hinten nehmen Piano nein er hätte uns alles nehmen können aber doch nicht Mr. Piano unser hund hey 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 there princess you want to sit on daddy's lap nein it's ok achso übrigens die haben Patch auch die sound files bisschen abgeändert und erneuert kann sein dass diese eine andere Stimme ist oder die jetzt einem der ist nicht vertrauter hier flackert das Licht dann gehe ich mal woanders hin als erstes okay das ist unser ahja das war das Schlafzimmer glaube ich wie kann man da drauf schlafen wollen hm hm ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich kann dich hören da bitte bitte helpt mich es schmerzt es schmerzt es schmerzt so viel ich kann es nicht mehr nehmen hm hm ja und und es ist so gut zu fühlen dass es noch beauty in der welt Ah, stimmt. Sie war ja... Es war immer irgendwo ein Klick-Klack. Irgendwo auf Start drücken. Ach Gott. Auf Start drücken? Nein. Habe ich dann gerade gedreht. Stimmt, unsere Mutter war ja schwer verletzt. Ich glaube, verbrannt, entstellt. Ich konnte auch nichts mehr sehen. Das ist unsere Mutter, unser Vater. Wir haben uns im Schrank versteckt. Was hat er da gemacht? Ich wollte es ja schon fast gar nicht wissen. Ich bin hier nur rausgelaufen, ne? So. Oder bin ich dagegen gekommen? Irgendwie so. Das kann sein. Okay. Oh, das war, glaube ich, die böse Tür. Die ist abgeschlossen. Ich will mich nicht umdrehen. Gott, wie ich bei sowas ausrasten könnte. Oh, hier haben wir noch was. Ratte. Liegen. Liegen, 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 Liegen. Liegen. Okay. Gehen wir in unser altes Zimmer als erstes? Hier hat er die ganzen Bilder von unserer Mutter hingehangen. So schön sahen sie doch nicht aus. Interessant. Jetzt aber warte, dass da eine Sequenz oder irgendwas kommt. Bilder. Kann ich nichts machen. Was für ein unscharfes Bild. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Teddy. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the... Princess! Keep looking at me! And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. Keep your head straight! Alta! And yet, she did not dare to move. For she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome brow. The wick. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air. The monster sniffed at the air. The monster sniffed at the air. With her ears, who is very tired of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. Ich freue mich, junge Frau! Schau auf mich! Es war eine Stilz in der Luft. Die Prinzessin fühlte sich ein sigh von Relief. Für einen Moment war es so, wie das Schlimm war hinter ihr. Und trotzdem wusste sie, dass es nicht vorbei war. Es war immer noch eine Gefahr. Sie wartet für ihre kleinste Bewegung. Willst du, dass diese Geschichte ein glücklicher Ende hat, oder nicht? Oh, verdammt! Nicht wieder! Okay! Weil die Prinzessin nicht aufhören würde. Sie wurde von der schweigen Witches Minion in die Dunkelheit gebracht. Sie wurde nie wieder gesehen. Das Ende. Tolle Geschichte, Vater. Tolle Geschichte. Das war meine Schuld. Es war immer meine Schuld. Alles, was ich tun musste, war zu bleiben. Tag nach Tag. Für Stunden auf Ende. Bis er hat es endlich richtig bekommen. Ich habe mich verloren verloren, wie viele Attempten es gab. Aber jeder hat mich gefühlt, als ob ich seine größte Fehler war. Konzentriert alles hinzugucken und so. Also das wäre bestimmt interessant. Die Puppe. Oh. 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 Schaut aus. Links oder rechts. Vater oder Mutter. Mami. Daddy. Erstmal sage ich, dass er seine Füße nicht sieht. Kann ich irgendwas anderes tun? Kann ich durch die Tür gehen? Kann ich durch die Tür gehen? Tatsächlich. Ok. Da fallen ein paar Bücher von oben. Na gut, das passiert. Wer kennt das nicht. Mr. Piano. Oh. Oh. Komm schon. Oh. Don't be afraid. It won't bite. Here. Try for yourself. Kann ich nix nennen? Ne. Oh. Ein kleines Klavier. Ok. Nein. 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 Das ist nicht richtig. Hm. Es ist noch nicht da. Ach du Kacke. Wenn ich jetzt wirklich Noten lesen könnte, wäre das... Mami? Darf ich weitermachen? Kann ich mich nicht klar machen? Daddy, das ist mir egal. Ich lerne. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Geh nicht deine Kacke. Ich habe nur noch welche einstecken. Alter. Ah, was war denn hier? Haben wir sie doch. Easy peasy. Ami. Ami, was machen wir jetzt? Darf ich jetzt irgendwas malen? Ah, nicht springen. Verdammt. Oh. Oh. Was? Achso. Ich habe das Dreieck übersehen. Was hat eben schon da das Dreieck? Was? Achso. Ich habe das Dreieck übersehen. Was hat eben schon da das Dreieck? Hm. Das ist eigentlich nicht schlecht. Schau dir, junge Frau. Es sieht aus, wie ein Talent läuft in der Familie. Nein. Unser Vater kann aber ganz nett sein. Überrascht. Und nun? Wuh. 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 Ja, wer kennt das nicht? Man spielt ein bisschen Klavier und die Sachen fangen an zu fliegen. Ja, ja. Das passiert mit zu Hause ausständig. Darf ich ins Feuer gehen und sterben? Nein. Verdammt. So. Ähm. Ja, dann tschüss, ihr Stühle. Dann. Gucken wir mal wieder. Tschüss. War schön mit euch. Ami war ja mal ganz nett auf kurzer Sicht, aber... Wow. Und? Ist zu. Ist auch zu. Oh. Tut mir leid. Okay. Noch nicht hoch. Gerade. Gern in den Kamin steigen. Ein leicht verschwitzend angestand, weil hier alles einfach Krach macht. Aber gut. Das Aufbau bringt mir ja sehr viel. Ich eh nichts sehen kann. Boah. Das war doch der Stuhl unserer Mama. Warum muss ich eigentlich als kleines Kind spielen und in einem Gebiet, wo ich überhaupt nichts sehe? Ah, in dem Raum haben wir doch vorne, sozusagen. Ganz viele Noten. Ach. ganz viele Noten. Okay. Hm. Da ist noch eine Tür. Aha. Wir sind letztes Mal den Mama Weg gegangen. Mal den Mama Weg gehen. Mal den Mama Weg gehen oder... Das war Papa Weg. Jaaa... Also ich muss sagen, ich erschrecke mich hier öfters als damals im ersten Teil. was heißt im ersten Teil nicht DLC Part X ok sollen wir das X sagen das ist ja alles so verzogen das ist ja furchtbar what muss das einen Sinn ergeben was war das denn ach du Kacke das Feuer auch das Feuer ok das Feuer ist überall Schaukelpferd man 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 das ist der Zug oh hey Prinzess ich wusste nicht, dass du hier bist nein, nein, es ist alles Daddy hat gerade geklappt du weißt, ein kleines altes Nacht oh, da, da du musst nicht, Dory Daddy ist gerade schuld so, sehr schuld ok hier war ziemlich ruhig geworden ok, bevor die diese mysteriöse Tür da hinten gehen würde ich sagen enden wir den Part also, ja, vielen Dank fürs einschalten und oh Gott, habe ich mich erschreckt in diesem Part schon ich hoffe, das wird nicht viel schlimmer sonst seht ihr live, wie ich ein Herzinfrag kriege oder so naja man sieht sich dann auf jeden Fall wieder bis dorthin Tschüddü Vielen Dank.